Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich mit meinem 3D-Stift einen Maibaum malen. Jetzt werde ich den Stamm ein bisschen dicker malen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, der Maibaum ist fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!